Ein Produktvideo muss hohen Ansprüchen genügen. Mit einem professionellen Produktvideo werden die Funktionen und Vorteile eines Produkts vorgestellt und erklärt, mit dem Ziel es zu verkaufen. Der Onlinehandel boomt. Ein optimal inszeniertes visuelles Erlebnis weckt beim Zuschauer ein stärkeres Interesse. Funktionen und Produktmerkmale werden durch die Kombination von Bewegtbild und Sprache verständlich und klar erklärt. Inhaltlich besteht ein Produktvideo aus einer Kombination aus Erklärvideo, Werbe- und Markenfilmelementen. Wo werden Produktvideos eingesetzt? Auf der Website, im Online-Shop, im Mitarbeiter-Intranet, in sozialen Netzwerken, Fernsehen oder Kino, auf Messen und Veranstaltungen. Auch als Paid-Ad haben Sie die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen. Produktvideos sollten interessant und lebendig sein. Der Vorteil liegt in der Multisensorik. Durch ein Videoformat, das mehrere Sinne anspricht, bleiben Ihr Produkt und damit Ihr Unternehmen bei potenziellen Käufern besser im Gedächtnis. Informationen müssen prägnant und korrekt sein. Wenn es langweilig oder zu kompliziert wird, wollen die Kunden es nicht mehr sehen. Das Video sollte außerdem so authentisch und persönlich wie möglich gestaltet sein. Die Emotion, die ein Produktvideo erzeugt, weckt den Kaufimpuls. Diese vier Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie ein Produktvideo produzieren möchten. Erstens, was möchten Sie hervorheben bzw. was ist der Zweck Ihres Produktvideos? Hier müssen Sie wissen, was Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung von anderen unterscheidet und einzigartig macht. Zweitens, welche Produktbotschaft möchten Sie vermitteln? Um Zuschauer nicht zu überfordern, müssen Sie die Botschaft Ihres Produktvideos auf konkrete und leicht verständliche Weise vermitteln. Heben Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale oder USPs hervor und lassen Sie unsere Videoexperten Produktbotschaften erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Produktvideoziele zu erreichen. Drittens, wie möchten Sie Ihr Produkt vorstellen? Reicht ein standardisiertes Produktvideo oder soll es komplexer sein? Möchten Sie eine maßgeschneiderte Produktion, die authentischer wird? Sie brauchen eine Person, die Ihr Produkt repräsentiert und für mehr Glaubwürdigkeit sorgt? Viertens, wer soll Ihr Produktvideo produzieren? Hier müssen Sie sich zunächst fragen, wie wichtig das Produkt für Sie und Ihr Unternehmen ist. Je größer das Produktvideo, desto professioneller muss es erstellt werden. Denken Sie daran, Sie bewerben in Ihrem Video ein bestimmtes Produkt. Mit Hilfe von Handlungsaufforderungen machen Sie es potenziellen Kunden leichter, das Produkt zu kaufen. Produktvideos, die im Internet beworben werden, müssen bestimmte technische Anforderungen erfüllen. Dank schneller Datenübertragung hat hochauflösende Hardware auch das Internet erobert. Wichtig ist es, ansprechende Maßnahmen zu treffen, damit Produktvideos nicht nur auf einem PC oder Laptop, sondern auch auf einem Smartphone abgerufen werden können. Daher muss bei der Produktion darauf geachtet werden, dass die Inhalte auf dem kleinen Bildschirm genauso gut zur Geltung kommen, wie auf der großen Leinwand. Wie läuft die Produktion eines Produktvideos ab? Im ersten Briefing klärt das Produktionsteam die wichtigsten Fragen, um eine zuverlässige und teamgerechte Produktion Ihres Produktvideos zu gewährleisten. Danach erfolgt der Zeitplan für die Besichtigung der Standorte, die Produktion und Postproduktion bis hin zur Vermarktung Ihres Produktvideos. Damit die Produktion zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfolgt, sind mehrere Feedback-Schleifen vorgesehen. Die tatsächliche Produktionszeit für Produktvideos hängt auch von der Videolänge ab. Je komplexer der Produktions- und anschließende Postproduktionsprozess und je länger Ihr Video ist, desto länger ist die Produktionszeit. Hochwertige Produktvideos dauern in der Regel 14 Tage, je nach Effekt und Postproduktion auch länger. Als professioneller und erfahrener Partner bietet Ihnen Lannis Media alle Leistungen aus einer Hand. Rufen Sie uns an oder kommen Sie in unserem Büro in Unterhaching vorbei. Wir beraten Sie gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.